Ich habe eine Frage bekommen und möchte in dieser Form auf diese Frage eine Antwort geben, damit mehrere, die sich vielleicht dieselbe Frage stellen, auch auf diese Art und Weise eine Antwort dafür bekommen können. Und die Frage lautet entsprechend meines letzten Videos oder auch des Wortes bei uns in der Gemeinde. Die Frage lautet in etwa so. So, was bringt es mir oder bringt es mir, wenn ich eingeübte Gebete spreche? Ich möchte dir in diesem Moment vielleicht als allererstes eine Gegenfrage stellen. Wie würdest du es finden, wenn deine Kinder mit dir nur mit eingeübten Phrasen reden? Ich denke, du würdest komisch reagieren, nicht wahr? Oder wenn du jedes Mal immer wieder dieselben Sätze hören wirst, dieselbe Umgangsweise hast. Das ist mir wichtig geworden, mit Gott wirklich persönlich zu sprechen. Gott ist ein Gott, der persönliche Beziehung zu uns aufbauen möchte. Und er möchte diese Beziehung zu dir pflegen. Ein weiteres Detail, ein angeübten Gebeten ist mir dabei aber noch viel wichtiger. Ich habe jetzt, abgesehen davon, nichts gegen solche Gebete. Ja, also solche Gebete sind sogar in bestimmter Situation wirklich wichtig und interessant, wenn man sie sich anguckt. Warum? Weil viele Menschen wissen ja gar nicht, wie sie beten sollen. Das heißt, wenn ich in diesem Moment so ein Gebet bekomme, dann weiß ich, okay, er betet so, der andere betet so. Und man lernt so den Umgang. Das heißt, wir wachsen auch in eine Welt hinein und wir gucken, wie sich die Menschen miteinander unterhalten. Und dann lernen wir ja dieses Miteinander. Wir gucken uns was ab. Das heißt, prinzipiell ist das nicht verkehrt. Aber wenn ich was erreichen möchte, und das war ja der Inhalt der Frage, dann stellt sich die Frage, wie erreiche ich am besten meine Ziele? Und für mich ist ein Detail wichtig geworden. Viele dieser Gebete, die man uns beibringt, bauen auf bestimmten Bibelstellen auf. Das heißt, ich habe eine Verheißung und auf dieser Verheißung baue ich ein Gebet auf und sage es auf. Und dann liest man wirklich ein Satz, zwei Sätze dieses Gebet durch. Und man übt dieses Gebet ein. Und irgendwo schräg in der Ecke, in Klammern steht dann die Bibelstelle, die für dieses Gebet dem Verfasser wichtig war. Und für mich ist dabei ein Gedanke sehr wichtig. Ich möchte dir heute nicht auf das Gebet zeigen, sondern für mich ist wichtig, dass du die Bibelstelle kennenlernst. Und das versuche ich auf meinem Kanal sehr intensiv klarzustellen. Wer ist derjenige, an den sich dein Gebet richtet? Oder wer bist du, wenn du die Vollmacht dessen verstanden hast, der in dir wohnt? Und das ist das, was den Kern der Gebete ausmacht. Ich kenne wirklich einige Menschen, die tatsächlich praktizieren, dieses Gebetsleben praktizieren, indem sie wirklich diese Gebete immer wieder aufs Neue wiederholen. Aber dabei sich vielleicht auch gar nicht Gedanken machen oder den Inhalt, wieso diese Gebete entstanden sind, gar nicht nachvollziehen können. Und meistens bleiben diese Gebete leider wirklich unbeantwortet, weil die einfach gar kein Fundament haben. Und deswegen möchte ich dir ans Herz legen, einfach die Gedanken darüber zu machen, Wieso bete ich gerade so? Und verstehe mich richtig, nicht das Gebet ist das Wichtige, sondern die Wurzel für dieses Gebet. Das heißt, wenn du den Inhalt des Bibelferses verstanden hast, wird dein Gebet immer richtig sein. Es gibt keine Vorlage, es gibt kein Prinzip, zu sagen, falsch oder richtig, sondern es gibt einen Motivator. Wenn du aus dem Herzen betest, weil du was verstanden hast, wirst du immer Erfolge haben. Und das ist mein Wunsch heute für dich. Nicht die Gebete selbst auswendig zu lernen. Ja, ich habe sie durchgelesen, ich habe verstanden, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum die Person gerade so betet. Aber das Gebet soll aus dir herauskommen. Und dann wirst du sehen, wie es ein fruchtbares Gebet wird. Ich wünsche dir in diesem Sinne, dass deine Gebete immer fruchtbar bleiben. Sei gesegnet. Musik 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 Musische Musik aa